Eine junge, schöne Schäferin lebt in perfekter Harmonie in der Idylle der Provence. Da, 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 da wirft einer mit Steinen auf uns. Wo ist sie? Die Ziegenhirtung? Was für eine Ziegenhirtung? Mano! Zu ihrem Glück fehlt nur noch eins. Mano! Ja, in dieser Geschichte ist jeder von uns ein Schwein. Rache für den Tod ihres Vaters. Manons Rache. Bei Kinowelt.TV. Die Quelle läuft nicht mehr. Besser sehen.